Herzlich Willkommen zurück, ne neue Session GDR, man glaubts kaum, wir sind richtig viele. Andersprache Juli, Kapuzu, Kundran, Maru, jetzt müsst ich runterscrollen, aber da fehlt noch, da fehlt noch der Adams, da fehlt der Payne und der Alex. Das waren alle, oder? Ja, alle, alle. Ich weiß nicht, ob wir die Strecken schon hatten, wahrscheinlich schon, ja. Hallo. Oh nein, die hatten wir schon. Oh, die ist ja richtig nice. Ach du Scheiße, da drehen aber einige durch. Ich bin viel zu weit, Leute. Hilfe, ich flieg doch. Jetzt aber, jetzt komm. Ich lande gegenseit in der Wand. Das eine war Steuerung an, was war das andere? Ich bin jetzt hinter dir gelandet. Ja, das ist für die Konsolen, äh, für die, für die Tastatur. Ja, wunderschön. Die Anne schon immer. Die ist aber auch krass. Deswegen gehen alle so ab. Das ist für die Tastatur. Ganz wild, die Anne. Recht ist besser, Kapuze. Das Recht ist besser. Oh mein Gott. Na, fahr nochmal zurück. Das soll Thüringen fahren. Was? Nein. Hat Thüringen auch gesagt. Vor dir meinst du, ja? Ja, ja, ja. Seht ihr alles ganz klappen. Äh, schwäbisch? Ich glaub ich hab Low Gravity. Wir haben grade eben nen Wust bekommen noch. Servus. What? Elegant. Rechts ist besser, das schon wieder fällt der links. Slow down. Warum? Warum war das da? Alter. Es war Leben am Limit grade, der Sprung. Ja. Die Map ist allgemein lustig, wär mir egal wo ich bin. Oh mein Gott. Kommen wir da hoch? Ja, wir kommen da hoch. Oh, wieder zurück. Klar. Da kommen sie uns entgegen. Glaub ich, ja. Anne, wie fährst du so schnell? Da stand Slow down. Nö. Hä, du bist durch die Bremse, wenn ich gefahren hab. Ja, musst du doch. Nö. Nur weil das war nicht. Ich bin ziemlich schnell. Ich hab dich nicht. Oh, jetzt lässt der Wurm weg. Du geh mir an. Wer da fährt. Oh, hier ist ein Triple Pink Match. Das ist korrekt. Oh, da nimmt er die Pisten mit und der arme DHL-Mitarbeiter. Das war knapp. Ich leg dir da jetzt einen Pin hin. Oh shit. Ich glaub, der Sprung war nicht elegant. Oh, in die Halfpipe rein ey. Schlechter Skaterboy. Oh, jetzt ist die Strecke gut. Jooo. Von der Qualität her dreimal besser. Nein. Ich bin tot. Als die Echten. Ja, letzt war's auf dem Weg. Bessere Tempos. Mit Explosion sogar. Mit Explosion. Ja, ich bin mit dem Roterhaube auf die Rampe geknallt, während ich runtergegangen bin. Ja, das war irgendwie der Family Pack. Alter, nein. Tief in den Wellen. Cool. Holy shit. Ich hab Alums gefunden. Ich hab Alums gefunden. Ja, Alums gewollt. Ja, Alums gewollt. Ich hab' ich ehrlich gesagt auch nicht versteckt. Ich bin hier voll gut wie Mapp. Wrong Vi. Was heißt das? Ich kann kein Englisch. Mapp ist schon krass. Äh, das ist die falsche Autos. Die Mapp ist wirklich krass. Oh, das war knapp. Ey, was sind das für geile Wallrides? Und endlich. Und endlich. Recht gut. Ohohoho. Ey. Das war nicht so krass. Also? Nein, ihr Wimps! Was denn? Ich bin jetzt Wimps-Wasser gefallen. Oh, scheiße. Aber wegen was? Warum mit so einem Waffe gefallen? Ach nee, du Ernsthaft? Was ist das für ein scheiß Checkball? Ey, du zugelegen. Das war doch Windschatten. Du streist mich an, weil du meinen Windschatten stielst? Ah ja. Weil du Windschatten gegeben hast. Ohhhh. 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 Alex, bitte bleib nicht stehen. Ohhhh. Ohhhh. Ich bin unschuldig. Du bist der Geisterfahrer. Ich muss jetzt zurück. Alles klar. Das hat der Geisterfahrer auch gesagt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss ja zurück. Oh Gott. Wo kommen die Leute hier? Moment. Wo fangen wir jetzt hier einmal in die Halfpipe rein? Ja, ich glaub du fährst jetzt hoch und machst einen Turn. Was ist das denn? Was für eine Scheiße. Man muss ja auch noch drehen. Oh Gott. Fahre ich da jetzt wieder rein? In die Halfpipe? Oh Gott. Ich glaube nicht. Alle die Geisterfahrer. Es war doch knapp, leider. Oh, ich habe die Strecke geloosed. Wegen items. Ich auch nicht. Wegen mir. Und Flocke. Also die grün. Wir haben uns fast geküsst. Wir sind immer schuld. Ja, warum haben wir die? Ja, du kommst doch nicht mehr rauf. Weil es hätte auch ein bisschen weh getan. Warte auf. Du musst jetzt nun... Ich weiß dann... Du wirst es sehen. Also wenn du schaffst, dann geht es aber. Oh Gott. Du checkerst es aber teilweise ganz schön fies. Oh nein. Der Bremskang wird einfach vorher. Oh shit. Aber was? Den Looping. Den Looping. Den Looping. Wenn du den Looping nicht schaffst, ist es vorbei. Genau wo Kunar nicht ist. Ja. Nee. Die Bremse. Ich zeige dir am Schüler, das macht. Ja, ja. Der Looping ist aber unabhängig davon, ob dich da wer gerammt hat. Sehr gefährlich, wenn zwei Leute nebeneinander fahren. Ich habe übrigens auch niemanden gerammt. Ich meine ja, da kannst du nichts machen. Nee. Das ist aber ein Problem. Guck mal, da bin ich noch mal auf dem Bremschen. Das habe ich immer. Komm Schmerz uns. Gib Gas. Oh Classic geht es. Da kannst du nicht nebeneinander fahren. GTA Classic. Hey, man ist ja zu langsam. Ja, man muss mehr Anlauf nehmen. Gott, das ist richtig schwierig. Das ist ja fies. Ich sage, die Checkpoints sind nicht so geil. Aber die Strecke ist fantastisch. Die Strecke ist geil. Also wow. Das ist ja so ne kack Wende. Ich würde sagen, das ist einer der besten, wenn nicht sogar die beste Kastungsstrecke, die wir haben. Ich lebe. Da bleiben wir alle hängen. Ne, einfach wo wir es fahren. Ich weiß nicht, was richtig ist. Nein. Ja, du bist einer bei Alams. Wie lange ist die? Alams, bitte nicht noch mal rammen jetzt. Ja, ich will auch nicht rammen. Immer rechts. Ich weiß nicht, ob ich ihn in die richtige Richtung fahre. Aber erst wann? Ich war ohne Schick. Wo muss ich hin? Ich glaube, ich überhole Alams noch, weil er die Strecke nicht kennt. Ja, du musst dann wieder zurück. Runter. Ja, runter bin ich ja gefallen. Also wer es nicht geschafft hat, fahrt einfach relativ weit nach hinten. Alams, was geht ab? Ich bin höher gesprungen. Wo muss ich hin? Nach einfach wieder geradeaus runter. Alter. Ja, und wo dann hin? Ja, runter. Wieder auf die Grampo oder was auch. Da kommen uns alle entgegen. Holy shit. Das ist jetzt so gut gemacht. Das gibt es ja gar nicht. Ey, Digga, bin mal. Ja, ich bin nicht auf das Gelbe rüber geschanzt, sondern bin unter dem Gelben durchgefallen das letzte Mal. Das ist ja die geile Meppi. Hallo, der Endpizzi. Und dann wieder in den Looping kommst. Der Endpizzi hat mich gerampft. Wie kann man das verpacken? Wo musste man denn dahin, wenn man auf dem Gelben war? Einfach fährst du durch den Looping. Ja, nein, nein, ich war ja auf dem Gelben. Ja, aber er hat den Looping ja nicht geschafft. Ich hatte viel zu wenig Part. Du wärst mal so untergefallen. Wie ist das denn? Hey, mit seinem Nö. Ja, okay. Ja, gut, okay. Aber... Ich bin auch beim ersten Mal nicht geblickt, ich bin durchgefallen. Wie geht's denn? Eines ist durchgefallen. Ja, durchfallen. Ja, durchfallen. Immer gut. Wie konnte ich den Platz? Ich bin nicht bedeckt. Ah, ja. Holy shit. Hier spricht die Daluk-Zeit. Ja, gut, so bist du da? Ja, die haben wir schon mal richtig gemacht. Ja, was kann ich für dich tun? Deine wahre Stimme. Mit der Stimme kannst du auch gut sagen, nicht vom Becken ran springen. So. So. Stimmt. Was ist das denn? Wenn ich den Chipmann schwimme, dann ist mir neu. So. Kennen Sie nicht die Lifeguard-Chipmanns? Da steht oben, welches Auto wir nehmen sollten. Ich glaube, Anne meint den Megafon-Stimmen. Ja, ja. Steht da. Man sollte auf Playstation 4 spielen. Steht da. Oh nein. Anne, jetzt nochmal. Welche Tasten muss ich jetzt gleich drücken zum Springen? Oh, guck mal, wie schön der Rockets geschrieben hat. Scheiß das Ding an Waffen. Was? E? Das ist geil. Die Hupe. Das finde ich mal wieder abwechslend. E. E und Leertaste, ne? Leertaste für Fallschirme. Ja, ja, genau. Das wird katastrophal. Jupp. Sehr egal. Das wird eine Katastrophe, das Rennen. Super, ich hab schon Fallchen. Du solltest den nicht nur auf springen. Oh, ich bin unbewaffnet. Ja, aber du kriegst ja auch normale Raketen. Warte mal. Was schießt man für den Fall? Oh, oh. Also normale Raketen werden wir schießen müssen, aber was machen wir jetzt? Ja, wir knallen ab. Warte mal. Ne, was ist das denn? Ne, ich glaub, es gibt einen Sinn hier. Fall einfach kalt. Da rechts ist auf jeden Fall ein... Geht du die Knallen weg? Wow. Ich glaube, da war ein Fall nach unten, oder? Nein, ich bin ausgelöst. Ich hab den voll. Du musst den Fall. Ja, du bist immer eins weiter runter und wieder eins weiter runter. Ja, du. Ja, du. Jetzt war ich auch. Den Turm runterklettern. Ja, du musst den Turm runterklettern. Du hast aber einen Fallschirm, das heißt, du kannst immer wieder U-Turn mäßig... Ja. Jo, das ist aber gar nicht so leicht. Das ist echt nicht so leicht. Das ist echt nicht so leicht. Das stell ich dann fest, nicht zu weit. Oder blinken Stick oder so weiter. Immer schön U-Turnen und falsch spielen. Oh, ist das geht klar. Wo muss man hin? Wo muss man denn hin? Immer eine Etage tiefer. Warum immer eine... Weil da ein Trackpoint ist. Ach so, ich sag, ich kann doch einfach... Ich kann doch einfach rumfahren. Okay. Ja, kannst du, glaub ich auch, oder? Ne, es geht nicht. Du brauchst einen Checkpoint machen. Kann ich den Checkpoint machen? Kann ich den Checkpoint vielleicht einfach in der Luft nehmen? Schnee geht nicht weg. Oh, ja, so schön du ich. Ich tu mir nicht immer den ersten Checkpoint. Ah! Hey, wie machst du den? Falsche Mal. Die Leute, das war perfekt, Mann. Ja, die habe ich damit nicht geholfen. Du nicht? Stimmt, danke, A. Kein Problem, Jules. Danke, A. Du fährst ganz langsam darunter, drehst dein Auto mit R1 und drückst A. Bis da los, Ede vor mir, weil ich langsam drehe. Und für was haben wir jetzt Raketen? Du könntest nicht abschießen damit. Ja, hab ich auch noch nicht abschießen. Ja, hab ich auch noch nicht ausschießen. Aber es ist doch nicht so schlimm. Ich meine, es ist immer x die Waffe. Wieso komm ich da nicht hin? Aaaaaah, auh, auh, auh! Aaaaaah! Uhhh, ich bin ausgestiegen jetzt. Ich hab ausgestiegen. Maru? Mach am Ende nicht den doofen Fehler. Das ist gerreifend. Ich muss erst mal um die Kurve kommen hier. Ah ne, zu ist halt. Das ist aber nicht so schön. Ich bin aus dem Auto rausgekommen. Ja, das ist mir auch schon passiert am Anfang. Direkt erst mal runter vom Turm. Warte, du musst gehen halt. Das ist mal schwierig. Ja, irgendwann geht es nicht mehr weiter. Das nicht. Das Problem ist, dass du nicht rausgeflogen bist. Ist ein Haus im Weg. Okay. Wie gesagt, die Schrecken sind alle klein. Ich kann nur alles... Alles gut, ist super. Du schaffst hier ganz oben oder was? Es gibt, glaube ich, ein Problem. Mann, scheiß ein Dreck. Ist nicht so einfach, gell? Ne, überhaupt nicht. Ich glaube, es müssen ja vier Leute ins Ziel kommen. Wie hast du es denn geschafft, um zu drehen? Ich komme an den Hoferse nicht vorbei. Ich bin auf der richtigen Seite einfach rausgesprungen. Es gibt vier Checkpoints. Abgestürzt. Boah, das ist ja ein Asch. Aschi. Ja. Pucking. Hallo. Ihr seid Aschis. Ich schieß. Es gibt noch andere schlimme Sprünge auf der Map. Hey, das ist ja crazy. Du musst am Ende übrigens wieder hochklettern. Hä? Nein. Das ist... Theoretisch ist das sogar ein Rundkurs, die Map. Der letzte Checkpoint? Ja. Man muss es krüppelig machen, oder? Krüppelig. Krüppelig. Ja. Ja. Also, außer mein erster Versuch. Ich bin runtergesprungen und ausgestiegen. Oh shit. Reicht. Fangt ihr denn auch immer wieder von oben an, oder ist das nur bei mir? Nee, deswegen weiß ich ja. Ich bin ja nie zurückgesetzt. Nee, das kam mir jetzt gerade so vor, dass ich... Oh. Nee. Mir war es so vorgekommen, als wäre ich von ganz oben wieder angefangen. Ist aber nicht der Fall. Wie springt man? Linker Stick. Geht es mit dem Auto? Ja. Also, linker Stick. Als ganz faulich. Ja, du musst sogar manchmal springen. Ich wollte die Rakete endlich abschießen. Weil sie mich genervt hat. Hast du einen getroffen damit? Nein, ich bin ausgeschickt, weil ich alle Tasten getestet habe. Ja, das war auch meine erste. Sie schießt. Oh, so schießt man. Wie? L1. L1. Ah. Mach ich am besten jetzt, wo ich hinter Pellen bin, oder? Ja. Also, L1. Soll ich denn so weit kommen? Ja, leicht nach hinten ziehen. Damit du die ganze Zeit auf derselben Höhe bleibst. Das meine ich. Da wollte ich mal sehen, wie weit wer das schafft. Ja, ich dachte schon ein bisschen mehr drin. Ja, okay, okay. Weil der war tricky. Der erste ist noch der weiteste. Oh, schrecklich. Wie soll ich denn nach hinten... Wenn ich nach hinten ziehe, dann fahre ich doch runter. Ja, jetzt aber, jetzt kann ich mehr. Ne, wenn du am Fallschirm hängst. Was ist das für ne Battle? Wenn du am Fallschirm hängst, leicht nach hinten ziehen, dass du deine Motorhaube siehst. Ah ne, wo bist du? Volle Krante kannst du da hinten ziehen. Das weiß ich nicht. Okay. Ich glaube jetzt ganz rum. Und jetzt schieße ich Payne ab. Also du musst am Fallschirm sein. Ja. Das war richtig knapp, ne? Und dann so, dass du so knapp deine Motorhaube siehst, dass du nach oben gucken würdest. Dann fliegst du fast geradeaus. Okay. Ich schieße ja wirklich voll da hinten. Ich kann nicht weiter. Das ist... Ich schieße jetzt so ne random Rakete da hinten auf den. Auf mich? Weiß ich nicht. Da fliegt einer. Ne, aber ich kann... Das bin ich vielleicht. Ich schieß mal. Bin ich das? Ne, ich kam nicht hin. Ich musste abdrehen. Ich hab ne neue Taktik, Leute. An sich ist die gar nicht so schlecht gewesen. Also das Schießen, hätte sie sich sparen können. Nein! Der ärgert mich ein bisschen, dass ich sie am Anfang nicht gecheckt hab. Ach, hat doch nie keiner geschossen. Ich... Ich mein allgemein. Mich ärgert das seine Seite gar nicht scheiße. Da steig ich erst mal aus. Julie ist aber ausgestiegen. Ich hab keinen Bock mehr. Noch mal Payne schießen. Hier kommt's. Bin noch weg zu meinem Boden. Oh, das ist auch ne sehr... sehr interessante Technik, um runterzukommen, Julie. Und was hat sie gemacht? Das hat auch funktioniert vorher. Das macht sie. Ja, mit dem Kopf zu her. Julie, mach mal R1. Und dann dreh dich. Einfach. Also fall nicht so runter. Fahr ganz normal. Ich bin immer rückwärts runtergefahren. Ich bin auch rückwärts gefahren. Nein! Ihr könnt doch Vollgas geben. Ich bin vorwärts runtergefahren und... Vorwärts runtergefahren in der Luft nehmen. Ich bin dann einfach um die Säule rum. Ach, das ist echt krass. Ich bin nicht richtig. Hey. Aber ich weiß, dass da nicht mehr. Nein! Julie, jetzt mach noch mal. Ich mach noch mal. Gib mal Gas jetzt. Fahr einfach runter. Dreh mit R1. Dein Auto. Jetzt R1. Und drehen. Und schon A drücken. Nee, R1. Du musst dich drehen, damit du in die richtige Richtung kommst. Das ist nicht so einfach. Okay. Also direkt R1 drücken jetzt schon. Und R1. Nein, du drückst nicht R1. Wir sehen mal da, Lu, der Erste. Jetzt! Okay. Lassen wir das. Juli. Du musst R1 drücken. Ach, pass. Du musst R1 gedrückt halten und dann lenken. Also das ist mit Maus und Tastatur deutlich einfacher, glaube ich. Das Auto hat's geschafft, Julie. Ja. Ja. Das Auto war da. Das ist auch. Das ist auch. Ich bin die Strecke. Du fährst nur die Tour wieder hoch. Ah. Julie. Mit dem. Nein, das ist nicht für mich. Mit dem. Mit dem. Mit dem. Mit dem. Mit dem. Das dauert noch 20 Sekunden. Das dauert noch 20 Sekunden. Okay. Spring nochmal runter, Julie. Mach mal einen Stun. Auf geht's. Einfach springen ohne Auto. Los. Darf ich's noch? Wahrscheinlich nicht, Alex, oder? Wir sind mit Joggen jetzt, Julie. A drücken. Ja. Ich drücke. Schneller. Ja. Und los. Nicht Fallschirmaufwand. Schönen Köpper. Du siehst nicht. Er hat ja keinen mehr. Schönen Klatscher. Nee, aber war knapp genug. Wir wären fast da. Ganz schön brutal, das Spiel. Von einer sehr, sehr guten Strecke zu einer sehr komischen Strecke. Sag es. Wenn. Ja, Juroko natürlich. Juroko. Wenn euch das Spiel gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, dann schau mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.